Aber wenn du in die Hauptstraße guckst, da steigt dir der Puls, da schwillt dir die Ader. Man sieht fast nur noch Kopftuchgeschwaden. Es gab welche, die stürmisch geklatscht haben und welche, die schockiert waren. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und denkt, vielleicht hätte ich da an dem Abend noch Einhalt gebieten sollen. Aber man will natürlich so eine Kerb-Party oder Feier auch nicht stören. Echt jetzt? Rassistische und frauenfeindliche Äußerungen von einem CDU-Stadtverordneten in einer Kerb-Rede? Und der Bürgermeister möchte nicht stören? Bad König im Odenwaldkreis, hier auf diesem Vorplatz der sogenannten Piazza, wurde vor kurzem Kerb gefeiert. Ich höre mir mit Matthias Hofmann einen Teil der Rede an. Und wenn noch fünf Frauen mit 15 Kindern in unserer Hauptstraße laufen und sind, dann haben wir vier von den fünf Kopftuchfrauen noch ein Braten in der Röhre drin. Nicht vorstellbar, dass das auf einer Kerb-Rede oder während einer Kerb-Rede gesagt wurde. Als zunächst keine Reaktion des Veranstalters zur Rede kommt, zeigt Hofmanns Verein klare Kante und distanziert sich in einem Facebook-Post von der Rede. Vor der Kamera möchten heute in Bad König die wenigsten etwas sagen. Aber Mehmet Korjun spricht mit uns. Ich finde, es ist überhaupt nicht okay. Und von allem hier in Bahnhofstraße, es wurde über Bahnhofstraße geredet, über Kopftuch geredet. Meine Frau selbst trägt kein Kopftuch, aber ich finde, es ist ja schrecklich. Über die Bahnhofstraße, ich bin seit über 13 Jahren hier als Geschäftsmann. Und sowas als Ausländer hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Schockiert ist auch der Bürgermeister. Das ist unterste Schublade, hat in einer Kerb-Rede nichts verloren und vor allem auch nicht hier in Bad König, in unserer Kurstadt. Sowas geht nicht. Der Kerb-Rede, ein Stadtverordneter, musste jetzt von seinem Posten zurücktreten. Konsequenz aus dem Skandal? In Zukunft sollen die Kerb-Reden vorher geprüft werden.